Moin moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Tizian Bauernhof. Und heute wieder mit Webcam. Hallo, da bin ich wieder. Na, alles klar? So, ich habe gestern auch mal den Arm hier etwas geölt. Ich weiß nicht, in einer der letzten Folgen habt ihr das wahrscheinlich gehört, dass es mal so geknirscht hat oder so. Und das lag da dran, dass hier da ein bisschen Öl ins Gelenk musste. Das hat sich sehr darüber gefreut, das Gelenk, dass da jetzt Öl reingekommen ist. Es knirscht nämlich nicht mehr. Das ist schon mal ein unheimlicher Mehrwert, meiner Meinung nach. So, ich fülle hier nochmal ein paar Nazarex überall rein, dass das hier gut durchgebrezelt wird. Wir können das auch drüben machen, ne? Fällt mir gerade ein. Wir könnten auch drüben in der Schmelze mal in eine Kiste Nazarex reinschmeißen, da hinten, wo wir auch Glas drin hatten. Beziehungsweise die restlichen Nazarex, die ich gerade habe. Und dann wird das da automatisiert, alles durchgeschmolzen, ne? Da müssen wir nicht immer von Hand da was reinschmeißen. Und dann ist das auch in Ordnung. War da in der Schmelze noch was drin? In der Schmiede? Ich glaube nicht, ne? So, wie schaut das jetzt hier aus? Da ist Glas drin, genau. Dann feuern wir mal hier die Kollegen rein. Und da müsste auch noch genug Kohle drin sein. Jo, easy, leicht. Reicht locker. Da könnten wir gegebenenfalls mit das Haus ein bisschen mit Nazarex aufpimpen oder so. Also mit den Nazarex Bricks, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich coole Idee. So, im Endeffekt werde ich heute noch ein bisschen mit meiner Schaufel rumspielen. Die haben wir ja nochmal gepimpt gestern, ne? Mit dem Unbreakable. Das war ja, das war ja auch sehr vonnöten. Dann will ich mal gucken, ob wir für die Nazarex Bricks und für die Nazarex... Wie heißen die eigentlich? Nazarex Brick und die heißen... Ach, das heißt beides Nazarex Brick. Okay. Dann suchen wir dafür mal ein Plätzchen. Und zwar... Oh, pass mal auf. Das passt doch da rein. Das passt da wunderbar rein. Und das passt da wunderbar rein. Jetzt habe ich hier noch Glowstone. Das können wir da reinschmeißen. Das passt da auch sehr hervorragend. Und ich habe hier noch ein Nazar... 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 Ähm... Ja, quasi... Nazarquartz Ohr. Ör. Und ich habe hier noch Ardite. Und da habe ich noch Redstone. Ah, pass mal auf. Da ist noch... Ich lege mal ganz kurz alles weg. Weg. Ich habe halt so viele... So viele Seeds, ne? Weil die sind immer gekommen von... Wenn ich da irgendwas umgebrudelt habe. Achso, lass uns gleich mal... Lass uns gleich mal Granit mitnehmen. Wir wollen ja ein bisschen... Also ich will gerne noch ein bisschen im Garten weitermachen. Dafür brauchen wir... Definitiv Granit. Und vielleicht auch ein bisschen Erde. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wir können mal gucken. So, das mal beiseite. Das mal beiseite. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was an... Granit dabei für die... Gewegeplatten sozusagen. Und dann wollen wir mal schauen... Und dann haben wir dann ein bisschen den Garten noch weiter gebastelt bekommen. Das ist... Es hat ja auch... Ich habe ja mit dem Garten auch ein bisschen aufgehört, weil... Die Schaufel kaputt gegangen ist, ne? Und ich ja nicht mehr anständig schaufeln konnte. Das hing ja auch so ein bisschen damit zusammen. Aber jetzt haben wir die Schaufel wieder am Start. Und die kann vollstens Gas geben. So, dann wollen wir hier mal einen da reinhauen. Ah, guck mal. Ich kann das ja auch so machen, ne? Das ist natürlich auch ganz cool. Denn... Oh... Dann da einen vergessen. Ja, ich muss mal ein bisschen gucken. Ich bin etwas... Wie soll ich sagen? Die einen oder anderen werden das wahrscheinlich schon mitgekriegt haben. Ich bin auf Instagram momentan ein bisschen inaktiv geworden wieder. Hat einfach damit was zu tun, dass ich da nicht... Es nicht geschafft habe, mal ein paar Bilder aufzunehmen oder und so weiter. Gerade was jetzt so den Landwirtschaftssimulator angeht, da bin ich ein bisschen... Ja, ich habe momentan halt nicht so viel bei Leo mitgespielt. Und die meisten Bilder kamen irgendwie, wenn ich da auf der Stappenbach mit unterwegs war. Aber es könnte sich bald ändern, weil ich bin... Ich bin momentan auf der Hof Bergmann unterwegs. Die habe ich mir... Habe ich... Habe ich runtergeladen. Und da habe ich gestern Abend angefangen so... Gestern Abend in den Spielstand angefangen. Und das ist halt... Ich finde das recht cool. Weil das ist so ein bisschen... Es hat zwar immer noch was mit Feldarbeit und so weiter zu tun. Aber man kann von Anfang an, wenn man so ein bisschen guckt, wie man die ganzen Produktionsstraßen kombiniert, kann man von Anfang an schon anfangen, die Fabriken anzuwerfen. Und das finde ich halt richtig cool. Also du bist jetzt nicht darauf... Du musst jetzt nicht erst zig Felder anschmeißen. Also jetzt wie bei Tiere zum Beispiel, dass du x Sachen brauchst von den Feldern, bevor du das erste Mal dich um die Tiere kümmern kannst. Sondern du hast halt ein bisschen Raps auf Lager. Damit kannst du Biodiesel herstellen. Mit dem Biodiesel kannst du dann in der Komposttieranlage und dem Stroh, was da rumliegt, schon mal Kompost herstellen. Und dann kannst du schon mal anfangen, die Obstplantage anzuschmeißen. Und das ist halt recht witzig. Also ich glaube, da werden wir auch... Da werden wir, glaube ich, im Stream auch ein bisschen was mehr machen. Solange halt die andere Map von den Kollegen Blacksheep Modding noch nicht draußen ist, werden wir da noch mal ein bisschen rumeiern. Auch wieder mal auf der Old Streams Map. Also ich werde da so ein bisschen variieren. Also ich will mich da jetzt nicht festlegen, dass ich jetzt nur noch auf der ein und dann nur noch auf der ein. Sondern wir werden da so ein bisschen hin und her variieren. Und ein bisschen gucken, was sich so anbietet quasi. So, wir sind hier fertig. Granit habe ich alles verlegt. Wir bräuchten jetzt eigentlich wieder Erde. Und halt auch Wasser. Wasser könnten wir hier vorne ein schönes Wasserloch machen. Dass ich mir von hier immer Wasser hole. Eimer habe ich ja auch mittlerweile ganz viele. Dadurch, dass wir ja vorher in Lava... Oh, da ist ein Feind irgendwo. Ich muss ja noch ein bisschen meinen Cleaver weiter schulen quasi. Mein Cleaver sucht Streit sozusagen. Gehen wir da rein. Und da auch rein. Da war nämlich noch mal zweimal Erde. Na gut, wir slingshotten uns mal nach Hause. Nicht auf die Felder. Oh, das war genau auf die Kante, ne? Das war genau auf die Kante. Wir gehen noch mal ganz kurz schlafen, weil es eh gleich Nacht ist. Dann kann ich das ganze Granit... Oder warte mal, wir gehen mir erst mal nach oben, bringen das Granit weg. Dann holen wir uns ein bisschen Dirt. Dirt für die... Für die... Für die Felder da hinten. So, das müsste eigentlich... Ich nehme mal ein bisschen mehr mit. Das müsste aber jetzt eigentlich reichen. Oder für die kleinen Gartenfelder, ne? Zack, einmal eine Runde schlafen. Dann sind wir auch... Dann haben wir gleich den Monsterspawn da wieder weg. Was ja auch positiv ist. Da muss ich ja nicht unbedingt immer mit den Mobs anlegen. Wobei, mein Cleaver... Mein Cleaver sagt was anderes, ne? Mein Cleaver sagt, doch, wir müssen uns mit den Mobs anlegen. Vielleicht müssen wir mal... Vielleicht müssen wir mal... Ja, der braucht halt noch ein bisschen Damage, ne? Der muss noch ein bisschen Damage mehr haben. Ich muss mal gucken, ob ich den... Ist da noch ein Modifier drauf frei? Ja, zwei sind da noch drauf frei. Ich muss mal gucken, ob Redstone nicht... Also, Redstone ist ja eigentlich für Mining Speed da, ne? Für Haste heißt es ja. Ist ja eigentlich für Mining Speed da. Und eigentlich ist Nether Quartz die Geschichte für Damage. Wir brauchen mehr Damage. Und... Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das... Wie wir das vereinbart bekommen. Oh, ich habe keinen Dreck mehr auf der Hand. Das wird da ein bisschen was machen. Ich bin ja mir am überlegen, so ein bisschen momentan auch... Also, ich glaube, ich werde den Stream echt extrem bunt demnächst halten. Was einzelne Spiele angeht, aber auch einzelne Modpacks angeht. Also, na gut, Spiele jetzt nicht unbedingt so sehr, weil... Ich habe halt nur fünf Streams in der Woche und da kann man halt nicht so viel... So viele unterschiedliche Spiele anzocken aus... Ja, das ist... Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht zu mir und das will ich irgendwie auch gar nicht. Immer wieder das Spiel zu wechseln und so weiter. Aber für Minecraft werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen... Da muss ich noch mal gucken, wie ich das reinbekomme, das Modpack. Ich glaube, das geht nicht mehr um den Technik-Launcher. Dieses After Humans. Da hat nämlich eine andere Community, in der ich auch mit drinne bin. Die TubeBitch, die haben nämlich einen After Humans-Server aufgesetzt. Und gegebenenfalls werde ich da auch mal reinschauen. Aber vorher muss ich natürlich erstmal das Modpack haben. Ich habe schon gesehen, das gibt es leider nicht auf dem Curse-Launcher. Das ist immer wieder typisch, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß ja, wer der Initiator dahinter ist. Ja, da muss man mal gucken. Muss ich mir wahrscheinlich da irgendwo den Mod runterladen und dann packe ich es mir doch in den Curse-Launcher oder was weiß ich. Da kannst du ja alles im Curse-Launcher. Der Curse-Launcher ist ja ein netter Launcher. Da kann man alles reinschmeißen, beziehungsweise die Twitch-App. Die Twitch-App, so heißt es ja eigentlich richtig. So, wir brauchen... Ich hätte ja die mittleren Dinger freilassen können. Fällt mir gerade ein. So, einmal habe ich dabei. Dreck werde ich jetzt gleich noch bekommen. Wir nehmen mal einen kleinen Snack zu uns. Achso, ich wollte mal gucken. Pass mal auf. Da oben ist Redstone drinne, ne? Wenn ich jetzt das Schwert hier reinlege und dazu noch Redstone packe... Ja, Bonus-Speed. Also es wird schneller. 20 Prozent, aber es kriegt nicht mehr Damage. Wir brauchen mehr Damage. Habe ich denn keinen Quarz mehr? Doch, da ist doch noch Quarz. Pass mal auf, da haben wir nochmal Quarz. Dann sind wir schon auf 17 Attack-Damage. Wenn ich ein bisschen was wegnehme, dann sind wir nur auf 17... Also 17,7 und wenn ich was wegnehme, dann sind wir nur auf 17. Das würde mich dann einen Modifier wieder kosten. Ja, machen wir mal, ne? Zack, einmal nochmal ein bisschen mehr Damage draufgepackt. Ich wollte ein Wasserloch anlegen und dann können wir eigentlich anfangen, die einzelnen Wasserlöcher an und... Die einzelnen Wasserlöcher da zu befüllen. So, zack, das da hin. Ich hole einmal einen ganzen Sprung Wasser. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir es auch gleich von hier holen. Zack, einmal alles aufgefüllt. Dankeschön. Und einmal zipp, 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 rüber. So, dann will ich hier vorne ein kleines Wasserloch haben, dass ich mir hier immer Wasser wegholen kann, dass ich nicht so weit laufen muss. Zack, zack, zack. Ah, zack, da einmal Wasser hin. So, jetzt kommen erstmal die ganzen Werkzeuge aus der Leiste raus. Dann die Eimer da rein. Achso, ich habe hier keinen Mod drauf, der... Und die Schaufel brauchen wir, ne? So, dann kommt da Wasser rein und da Wasser rein. Okay, jetzt können wir anfangen, die Wasserlöcher zu erstellen. Achso, ich wollte Steine holen, ne? Steine wollte ich eigentlich auch holen. Siehst du, das habe ich vergessen. So, ich nehme erstmal die Löcher raus, ähm, die Erde aus den Löchern. Bevor wir hier durch... Oh, da war einer zu viel. Bevor wir hier anfangen... Das können wir mal da hinlegen. Dann packen wir den mal gleich da wieder hin. Dann haben wir das nämlich auch gleich schon wieder. anständig, anständig beiseite. Genau, ich wollte eigentlich Kappelstome bringen, um die... Oh, um die Mauer am Ende da richtig zu machen. Aber da habe ich nicht dran gedacht. So, Wasser, zack. Was... Oh, da ist überall noch Dreck drin, ne? Was macht denn... Äh, Wasser und Wasser. Da ist auch noch Dreck drin, ne? Und ein... Wasser einmal müsst ihr noch haben. Genau. Zack, da ist der. Und jetzt machen wir die mal alle zusammen. Mit einem Double-Click. Und können gleich mal wieder neue... Acht neue holen. Zack, zack, zack. Na, komm. Sehr schön. Das einmal aufgefüllt. Dann haben wir hier schön überall unser... Da ist auch noch Dreck drin, ne? Überall unsere Wasserlöcher. Zack. Einmal wirklich nur ein einziges Mal ganz kurz anticken. Zack. Zack. Oh, siehst du, da ist schon wieder zu viel gewesen, ne? Zu viel des Guten. Gleich noch ein zu weit runter. Das ist... Die Schaufel ist halt wirklich das... Wenn wir irgendwas krass zum Umgraben müssen, ne? Was weiß ich. Den Garten eurer Eltern oder so. Dann müssen wir unbedingt so eine Schaufel haben. Also, das ist... Das ist einfach nur krass. Einfach mal kurz... Alle Schrebergärten der kompletten Nachbarschaft mit einem Spatenstich umgeschraben. Mit dieser Schaufel. Das wäre heftig. Zack. Das passt. Ach, ich wollte auch irgendwann nochmal... Ja, da müssen wir mal gucken. Ach so, übrigens nochmal Dankeschön für das ganze Feedback bezüglich der Frage, ob der Shader in der Hölle eigentlich so... wirklich so scheiße ist. Das war ja doch eher in die andere Richtung. Da haben sich ja sehr, sehr viele positiv für ausgesprochen. Also war das... Die Annahme, dass das eigentlich nicht so gut aussieht, das war wieder... Ja, was heißt das? Das war wieder... Ein Einzelner hat das halt als nicht so gut empfunden. Und halt das dann halt gleich kommentiert. Was ja auch gut ist, ne? Und deswegen frage ich auch nochmal nach, ob das dann alle so empfinden, ob das dann halt nicht gut ist. Und wenn das dann alle so empfinden, dann bin ich ja auch bereit, da was zu ändern. Aber ganz ehrlich, wenn es nur ein Einzelner ist, der sagt, das sieht aber doof aus, dann ist das halt so. Es hat ja auch ein Einzelner schon gesagt, dass er das nicht mehr gucken möchte, weil es zu viele Mods hier drin sind. Das kann ich natürlich auch verstehen. Dass einige Leute sagen, nö, jetzt gucke ich das nicht mehr, weil zu viele Mods. Ist ja legitim. Ich zwinge euch ja nicht dazu, es zu gucken. Ich möchte aber... Also ich spiele das halt hier, weil ich halt großartig viel Spaß daran habe. Und die Mods mit reinzunehmen, war halt ein Grund für mich, wieder mehr Lust auf das Spiel zu haben. Und auch wieder neue Sachen reinzubringen, auszuprobieren. Und auch insgesamt hat die 1.12, alleine dadurch, dass 1.12 jetzt selber so ein Crafting-Menü drin hat, ist das natürlich auch um einiges besser geworden. Und nähert sich ja auch langsam dem an, was Mods aus dem Spiel machen. Also zum Beispiel so ein Not-Enough-Item oder Just-Enough-Item funktioniert ja artähnlich. Ist natürlich noch ein bisschen übersichtlicher als das, was die jetzt in ihrer Crafting-Übersicht gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ähnlich. So, wir haben überall Wasser drin, ne? Es ist überall Wasser drin. Okay, dann können wir das Wasser, was ich jetzt dabei habe, das lassen wir mal ganz kurz in dem Eimer. In den Eimers. Das Wasserloch hier mache ich wieder zu. Das brauchen wir nämlich nicht. Und ich hole mir mal von hier ein schönes Screenshot. Zack. Zack. Und mit diesem wunderbaren Bild verabschiede ich mich auch von dir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge wieder. Bis denn. Tschüss.